Ja, hier bin ich. Na los, gibts schon mal nen Gitter. Genius. Boah, geile Rolle. Guck mal, kriegst gleich dafür ein paar Kugeln in den Schädel. So. Kleinen Fixer hier. War die Granate völlig verschwendet, oder was? So. Quicksave. Na? Oh, geil. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, wohin mit den Midi-Kids. Szenarien, kommen wieder so Stellen da. Falle ich wieder aus dem letzten Loch. Oh, super. Jetzt ist hier Checkpoint. Meine Fresse, ich hab aber auch ein Timing immer. Moment, jetzt muss ich kurz was trinken. Das ist unglaublich. Was haben wir denn hier für eines? Alter, voll gar nichts. Noch zwei Midi-Kids? Was kommt da bitte gleich? Okay. Sehr schön. Die ist leer? Nee. Midi-Kids kann ich nicht. Panzerung hätte ich ganz gerne. ASP. Warum ist hier so viel von dieser ASP-Riffle? Mysterious. Egal. Schreiten wir mal ein bisschen voran. Okay, was kommt jetzt? Oh, klasse. Irgendwie... Alter. Ja, ist ja gut. Ach, scheiße. Hab ich gleich zwei genommen hier. Sicher ist sicher oder was? Ach, komm. Wollen wir es da? Ach, ist da noch einer? Verdammt! Scheiße! Alter! Stirb! Alter, wie die verzieht. Das ist echt heftig. Oh, hat dir nichts gebracht, Junge. Ah, ich warte da. Oh, scheiße. So. Das war's. Der steht immer noch. What? What? Ich hab keine Muni mehr für Gornix. Ekelhaft. Ach so, jetzt ist er tot. Klasse. So, dann Leben auffüllen. Alter, gar keine Munition mehr. Alter, das war echt arschig. Vor allem, wie der Raketenwerferschüsse einfach überlebt hat, ey. Was glaubt der denn, wer ist? Jetzt will ich aber auch Munition dafür sehen. Ja, sechs Schuss. Wow, da war Papier drin oder was? Am Arsch. Was hatte der denn hier für eine Waffe? Submaschinengang. Hier, das hab ich eh nichts mehr. Zack, ausgetauscht. Damit ich munitionstechnisch hier wenigstens mal wieder ein bisschen mehr Land sehe, ne? Gefällt mir nämlich gar nicht. Da kann ich nicht rein. Was haben wir denn hier? Wo? Da. Oh, ich hab gar keine Gra... Das geht mir voll auf den Sack. Das macht mich aggressiv, stinkig und nervös. Boah. Okay. Das war mal nicht schlecht. Aber hier kommen wir irgendwie nicht weiter, oder? Ich seh hier zumindest keinen Weg. Ich guck gleich beim Hochgehen, ob's da irgendwie an den Seiten noch Türen gibt. Durch die Tür können wir ja nicht. Ja, irgendwie geht's hier nicht weiter. Dann müssen wir wohl umdrehen. Hm, dann geh ich halt hier lang. Meine Güte. Okay. Schauen wir mal. Hinter der Tür ist nichts. Kann ich hier durch die Tür... Kann ich auch nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, ähm, ja. Oh, schön. Geil. Wieder 30 Schuss für einen Rocket Launcher hier. Train arriving. Okay. Ist hier was? Nee, da ist auch nichts. Nee, ist kein Gegner. Oh Gott, ey. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie's denn hier weitergeht. Durch die Tür kann ich nicht. Eine andere Tür gibt's hier so weit, wie ich das sehen kann, auch nicht. Hä? Ich muss zur Tür, oder was? Äh, zum Zug. Meinte ich. Ja, super. Und wie mach ich das? Alter, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Oh, da... Und da hab ich... Oh. Muss ich da jetzt wirklich durch? Okay. Alter, diese Geräusche, ne? Geben mir echt noch den Rest. Oh, oh, oh. Was ist los? Okay. Wieso ist das mit einmal so? Wieso? Gleich geht mein Licht aus. Oh Gott. Scheiße. Oh. 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 Oh Gott, das will. Scheiße, ey. Na schon, sie ist hier lang. Oh Gott. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt runter, oder? Nein, falsche Taste. Das kann ich nicht kaputt klöppeln. Dann hier lang. Oh, was war das denn? Ja, super. Und was jetzt? Quicksave und runter einfach einmal. Vielleicht muss ich ja runterspringen. Musste ich. Oh, dieses... Geknacke, ne? Alter, kein... Wo lang soll ich? Da lang. Oh Gott. Oh, Mann, ey. Oh Gott. Ich dachte gerade schon, was geht jetzt ab. Ach, die hören mich jetzt, oder was? Meine Güte. Oh, du bist gleich hinüber, Junge. Platsch. Wuuu. Oh, geil, eine Zeitlupe. Alter. Wieso hat einmal die jetzt aus dem Weg geräumt, hier alle? Okay, Checkpoint geschafft. Ach. So. Achso, Zug. Okay. Da kann ich nicht. Ich könnte... Da runter. Und mir hier fetten Health Boost holen. Okay. Erstmal gab es da oben ja noch eine Tür hier, oder so. Nein. Wo ich rein konnte. Alter, hat einmal die alle umgebracht, hier. Alter. Was ist gerade los hier? Ich habe 30 Frames, die ganze Zeit. Aber trotzdem ruckelt es. Hört das so? Ah. Ja, okay. Macht Sinn. Macht Sinn, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich sollte nicht durch die Tür durchgehen. Alter, was ist... Moment. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Jetzt geht es wieder hier. Jetzt wieder gar nicht. Okay, ich muss mal kurz die Aufnahmen unterbrechen. Alles klar. Keine Ahnung, was das soll. Aber weder ist meine CPU ausgelastet, noch mein Grafikspeicher, noch der Arbeitsplatz. Also keine Ahnung. Vielleicht liegt es am Spiel sehr... Ja, genau. Ich schieße erst mal eine Runde. Muss ich jetzt durch hier wahrscheinlich... Oh, oh. Was? Wo? Alter, so kann man noch schlecht... So kann ich ja noch schlechter schießen. Alter! Alter, wie soll man... Was soll denn die Scheißnummer jetzt bitte am Arsch? Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, komm, leck mich. Alter, ich schieße nicht mal. Was geht ab mit dem Spiel hier zur Hölle? Meine Fresse nochmal. Das scheint wirklich an der Stelle da zu liegen. Ansonsten... Ansonsten... Keine Ahnung, warum das hier so abkackt, das Spiel. Packt vielleicht das Spiel selbst nicht. Also mein PC schafft das ohne Probleme. Auch mit Aufnahme. Alter, ja genau, ey! Meine Fresse nochmal. Oh Mann, ey! Geht mir ja schon auf die Nerven, ne? Und das nicht zu knapp. Alter, wie viel die aushalten einfach nur, ne? Okay, schien irgendwie an der Stelle zu liegen. Jetzt geht's wieder ohne Probleme. Oh Gott. Oh Gott, kommt schon. Ja, wusste ich's doch. Soll ich drauf schießen? Besser ist besser, ne? Getroffen hab ich sie. So, kurz warten. Ja, jetzt kommt hier gleich nochmal einmal. Wollen wir wetten? Okay. Okay, ich warte hier kurz, damit ich Licht hab. Ah, und ab in den Zug, oder was? Moment. Jetzt muss ich kurz gerade mal gucken. Da kann ich überhaupt nicht rein. So, jetzt muss ich hier einfach mal gucken. Na, hier. Na, da, eben traj�� mich, flagge. Na, da. Da, da. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020